Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video stellen wir Ihnen kurz und kompakt Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre Online-Bildungsangebote anbieten und verwalten können. Je nach Ihren individuellen Anforderungen und finanziellen Mitteln gibt es grob gesagt vier Möglichkeiten. Die Nutzung einer etablierten Kursanbieterplattform, ein LMS-Plugin für Ihre bestehende Webseite, ein professioneller Webshop oder eine Verwaltungssoftware zur Veranstaltungsorganisation. Besonders als einzelne Trainerin bzw. als einzelner Trainer können Sie über eine etablierte Kursanbieterplattform Online-Kurse auf Basis von Videos anbieten. Sie stellen dafür einen Antrag und legen Ihre Inhalte an. Gebühren fallen erst an, wenn tatsächlich ein Kursplatz verkauft wird. Empfehlenswert sind diese Lösungen für alle, die Online-Kurse erstellen und verkaufen wollen, aber noch keine Erfahrungen mit dem Vermarkten oder keine große Online-Reichweite haben. Das Kursmarketing für das Verkaufen Ihrer Online-Kurse fällt nämlich weg und die Bezahlung wird in der Regel über die Plattform abgewickelt. Außerdem sind die Reichweiten der Plattformen hoch und das lässt auf hohe Verkaufsraten hoffen. Mehr Kontrolle und Unabhängigkeit haben Sie, wenn Sie ein sogenanntes LMS-Plugin in Ihre bestehende Website integrieren. Damit wird ein Lernmanagementsystem zu Ihrer Website hinzugefügt und Sie bekommen einen eigenen Kursbereich, in dem Sie Inhalte und Lernmaterialien bereitstellen können. Ein solches Plugin bietet viele Funktionen wie Umfragen, Quizzes oder Zertifikate und lässt sich gut an das Design der eigenen Website anpassen. Allerdings braucht man dafür Know-How zu Content-Management-Systemen und muss die Kurse selber bewerben und die Teilnahmen verwalten. Auch die Bezahlung ist selbst abzuwickeln, sofern man für die Kurse etwas verlangen möchte. Für große Weiterbildungseinrichtungen oder Verbände können professionelle Webshops genutzt werden. Damit können Sie Buchungen und die Bezahlung abwickeln sowie sämtliche Informationen über Bildungsangebote verwalten. Einen Webshop können Sie entweder programmieren lassen, was allerdings mit hohen Kosten verbunden ist, oder eine fertige Lösung nutzen. Für die Adaptierung auf den eigenen Bedarf sind die nötigen IT-Kenntnisse nicht ganz so hoch. Eine weitere Möglichkeit zur Verwaltung Ihres Online-Kursangebotes bietet eine Verwaltungssoftware zur Organisation von Veranstaltungen. Die Software enthält Bausteine wie Anmeldeformulare, Online-Zahlungen oder Kontaktformulare, die man je nach Bedarf verwenden kann. Eine solche ganzheitliche Softwarelösung bringt viele Vorteile mit sich. Es sind kaum IT-Kenntnisse erforderlich, die Lösung ist für kostenlose Events kostenfrei, die TeilnehmerInnen können direkt im System eingecheckt werden und nachträglich personalisierte Teilnahmebestätigungen herunterladen. Das erspart Administrationsaufwand. Und hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz sind Sie auf der sicheren Seite, denn die meisten etablierten Systeme entstammen deutschen Unternehmen und sind DSGVO-konform. Was bei dieser Lösung auf jeden Fall zu beachten ist, man braucht etwas Einarbeitungszeit in das System und muss für kostenpflichtige Kurse einen gewissen Prozentsatz vom Ticketpreis abführen. Wie Sie sehen, gibt es vielfältige Möglichkeiten, Online-Bildungsangebote anzubieten und zu verwalten. Alle haben Vor- und Nachteile und die Wahl hängt natürlich von Ihren individuellen Anforderungen ab. Machen der 생각을 Eure Regie Gitungs gekl surprised G j J Wa 하�